hallo leute da bin ich wieder wieder ein short video aus bernrad diesmal schaut mal hinter mir hier gibt es richtig viel zu sehen alles aufgenommen unter anderem auch düsseldorf und natürlich hier bernrad könnt ihr euch das original anschauen wenn es online ist aber hier schon mal so ein vorgeschmack was euch erwartet wir haben hier richtig gute busse ist ja alles in rheinland bzw rheinbahn hand so jetzt habe ich viele solaris elektro man effizienz hybrid vdl die haben sich das zu gunsten gemacht da steht es auch noch mal drauf ich bin ein teil der umweltflotte ja so schaut es aus seid gespannt wenn das original video hier auf youtube online ist